Okay ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem wirklich, wirklich besonderen Video. Ich habe mir gedacht, komm, wir bringen das Was-Wäre-Wenn-Format nicht einfach wieder zurück hier auf den Kanal, nein. Ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwas daran verändern. Ich meine, ich freue mich darüber, dass die Was-Wäre-Wenn-Geschichten bei euch generell sehr gut angekommen sind. Trotz allem habe ich mir immer wieder überlegt, das Ganze noch einmal auf ein neues Level zu bringen. In diesem Fall jetzt hier also werdet ihr nicht einfach nur ein Was-Wäre-Wenn-Szenario von mir komplett blind vorgetragen bekommen. Nein, in diesem Fall habe ich mir die Geschichte, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre, vorher als eine Art von Skript aufgeschrieben. Ich habe die Story nicht einfach nur spontan ausgearbeitet, nein, ich habe mir die Story wirklich überlegt, habe Sachen wieder verworfen und habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt einfach an euch weitergeben kann. Das bedeutet, ihr werdet diese Geschichte jetzt hier wie ein kleines Hörbuch genießen können. Ihr müsst nicht zwingend auf den Bildschirm gucken. Ich werde trotz allem für die Leute, die Interesse an einem audiovisuellen Erlebnis haben, hier auch noch ein paar Bilder mit einblenden, die das Ganze noch einmal untermalen. Und was mein Plan für die Zukunft der Was-Wäre-Wenn-Formate ist, das wird genau das sein, wie es jetzt eben hier abläuft. Ihr werdet also meine Was-Wäre-Wenn-Geschichten hier auf dem Kanal als Videos präsentiert bekommen und werde dann zu jedem Was-Wäre-Wenn-Passend in der Podcast-Sektion meinen Podcast, meinen Gedankengang hinter den einzelnen Was-Wäre-Wenn-Geschichten erfahren. Was habe ich mir bei der Vorbereitung gedacht? Welche Ideen habe ich bei Szene A bis Szene B gehabt? Welche Schwierigkeiten habe ich vielleicht gehabt? Das heißt, die Podcast-Folgen werden dann immer so kleine Hintergrundinformationen, so kleine Making-of-Specials für meine Was-Wäre-Wenn-Geschichten werden. Und natürlich werden sich auch die Podcasts jetzt im Laufe noch mit anderen Themen beschäftigen. Mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone würde ich sehr gerne noch ein Interview führen, was seine Sammlung von verschiedenen Figuren zum Jurassic-Universum angeht. Das heißt, ihr werdet dann nicht eben einfach nur bestimmte Specials zu den Was-Wäre-Wenn-Episoden bekommen, aber das wird jetzt immer miteinander zusammenhängen, dass ihr, wenn ihr ein Was-Wäre-Wenn von mir erhaltet, dass ihr dann ebenfalls einen Podcast dazu bekommt, wo ich ein bisschen darüber rede, was meine Gedanken hinter den verschiedenen Schnipseln gewesen sind. Das hat logischerweise auch zur Folge, dass die Was-Wäre-Wenn-Episoden nicht täglich erscheinen werden. Das ist, glaube ich, aber auch so weit klar. Ich werde aber auch hier versuchen, eine Routine mit einzuarbeiten, möglicherweise alle zwei Wochen mal ein Was-Wäre-Wenn zu veröffentlichen. Das Ganze wird jetzt hiermit also erstmal ein kleines Experiment werden für mich selber. Wie komme ich damit zurecht? Wie viel Arbeit steckt dann dahinter? Wie schnell komme ich damit voran? Weil ihr nämlich parallel zu diesen Was-Wäre-Wenn-Geschichten natürlich auch noch andere Videos bekommen werdet. Und natürlich müsst auch ihr mir am Ende dieser Episode ein Feedback geben. Natürlich auch sehr gerne zur Story an sich. Was für mich aber aktuell ein bisschen wichtiger noch ist, ist, dass ihr mir einfach mal schreibt, was ihr von der Herangehensweise dieser Was-Wäre-Wenn-Geschichten haltet. Sämtliche konstruktive Kritiken zum Storyaufbau an sich, zum Beispiel zu Logikfehlern, zu Dingen, die euch vielleicht nicht an der Geschichte gefallen haben. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Die werde ich dann ebenfalls in dem Podcast zu diesen Was-Wäre-Wenn-Episoden mit aufnehmen. Jedenfalls so viel, wie mir irgendwie möglich sind. Und dann eben auch nochmal darauf eingehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war es auch schon mit dem kurzen Vorwort. Wir starten jetzt mit der Geschichte. Was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre? Viel Spaß! Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hätte, doch das ist, dass das Leben sich einsperrt. Das Leben, was ist sein Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, schmerzlich oder gefährlich, aber, aber, aber so ist es, das Leben findet einen Weg. Was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World 2015 gewesen wäre? Bevor wir mit der Geschichte loslegen, sollten wir erst einmal festlegen, wie es zu dieser Veränderung in der Original-Timeline hätte kommen können. Der Scorpius Rex ist in der gesamten Geschichte von Jurassic der allererste Hybrid, der von Dr. Henry Wu geschaffen wurde. Das Tier wurde für militärische Zwecke gezüchtet und verfügt deswegen über besondere Fähigkeiten, wie einen wärmeerfassenden Blick und giftige Stacheln an seinem Schweif, welche ihm seinen Namen verleihen. Das Gift, welches der Scorpius Rex in sich trägt, stammt durch eine Zusammenführung der DNS eines Velociraptors mit der eines sogenannten Skorpionfisches, auch bekannt als Drachenkopfisch. Da Wu den Scorpius Rex im Geheimen erschuf, sind viele Details über das Tier im Verborgenen geblieben. Einige jedoch kamen mit der Zeit ans Licht, wie die Fähigkeit, sich ohne Partner fortpflanzen und exorbitant schnell vermehren zu können. Ebenso sind weitere DNS-Stränge veröffentlicht, welche unter anderem in dem Dinosaurier stecken. Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Kanutaurus, Drachenkopfisch oder auch Skorpionfisch genannt, Neobatrachia, eine Froschart, im Deutschen auch Neufrosch genannt, die Grubmotterschlange und weitere Wirbeltiere wie Echsen, Leguane und ähnliche. Der Scorpius Rex sollte die ultimative Waffe werden, jedoch war er unberechenbar aggressiv und unkontrollierbar. Aus diesem Grund entschied sich Henry Wu vorerst dazu, das Tier auszuschalten und es im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis zu legen. Die Forschungen am Scorpius Rex sollten weitergehen, wenn nicht der Vorfall mit dem Indominus Rex passiert wäre. Der Jurassic World Park wurde zerstört und eine Gruppe von zurückgelassenen Kindern, die versuchten auf der Insel zu überleben, befreiten den Scorpius Rex versehentlich, indem sie das Eisgefängnis, in welchem diese eingeschlossen waren, heruntertauten. Was wäre aber gewesen, wenn alles anders verlaufen wäre? Was wäre, wenn die Chaos-Theorie einen Schmetterlingseffekt zufolge gehabt hätte, der alles für immer verändern würde? Wäre der Kampf zwischen dem Tyrannosaurus Rex und dem Giganotosaurus vor 65 Millionen Jahren nur einen Kilometer abseits des eigentlichen Schauplatzes ausgefochten worden, wäre der Rex an einer anderen Stelle gestorben. Ein Moskito hätte das Blut des Tieres getrunken und wäre dann in eine völlig andere Richtung geflogen. Der Moskito wäre nicht am uns bekannten Baum im Harz kleben geblieben, sondern ein, vielleicht auch zwei Kilometer versetzt. Somit hätte Injun den Bärenstein erst Wochen, vielleicht sogar Monate später gefunden und die Forschungen hätten sich um Jahre verzögert. Der Hurricane Clarissa, der 1995 die Sorna erreicht hatte, hätte diese Insel nun in Mitleidenschaft gezogen, bevor die Systeme des Amalgam-Testings aufgebaut worden waren. Durch die Zerstörung der Insel hätte Hammond entschieden, wichtige Systeme nicht auf der Sorna, sondern eben auf der Isla Nubla zu errichten. Henry Wu hätte also bereits vor Ort das Amalgam-Testing durchführen können und hätte in diesem Bereich wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt, die ihm in der Original-Timeline verborgen geblieben wären. Der Jurassic Park wäre ebenso zerstört worden wie in der richtigen Timeline, nur hätte Henry Wu die Forschung an Hybriden bereits beginnen können. Als es dann Jahre später, logischerweise auch verzögert, zum Aufbau des Jurassic World Parks kam, wäre er demnach in der Lage gewesen, den Scorpius Rex kontrollierter zu erschaffen und die Aggressivität des Tieres zu unterdrücken. Zumindest vorerst. Was wäre wenn? Es wäre natürlich Owen gewesen, der das Tier erforschen würde. Seine Erfolge beim Training mit den Raptoren machten ihn zu einem perfekten Kandidaten dafür. Wäre der Scorpius Rex genauso unter Kontrolle zu bringen wie seine Veloci-Raptoren, wäre er ein Vermögen wert. Henry Wu würde Maserani das Tier genauso verkaufen wie den Indominus Rex in der Original-Timeline. Tödlicher, besser, cooler. Das würde wieder mehr Gäste in den Park locken, die allmählich das Interesse an Dinosauriern zu verlieren scheinen. Genau wie auch beim Indominus Rex hätte Henry Wu die Komponenten des Tieres nur zum Teil veröffentlicht. Raptor, T-Rex und einige Landwirbeltiere stünden in den offiziellen Berichten. Das Training mit dem Scorpius Rex würde sich als schwieriger herausstellen, da das Tier alleine aufgezogen wurde und sich keinem Rudel unterordnete. Es würde ganze vier Monate dauern, bis Owen es überhaupt wagen konnte, näher an den Scorpius heranzutreten. Dieser kalte, unberechenbare Blick des Tieres ließ ihn immer wieder aufs Neue erschaudern. Lediglich gegenüber Claire äußerte Owen von Anfang an seine Bedenken. Ihr habt einfach einen neuen Dinosaurier erschaffen, weil die anderen nicht mehr, was cool genug sind? Du kannst mich gern für einen Spießer halten, Claire, aber ich halte das für eine dumme Idee. Je mehr Owen sich mit dem Scorpius Rex beschäftigte, umso mehr drängte er darauf, das Vorhaben abzubrechen. Nach über vier Monaten des Trainings weist das Tier keinerlei Zuneigung auf. Es wird listiger, cleverer. Als verstünde es nach und nach immer mehr über sich und das Gefängnis, in dem es sich befand. Owen quittierte schließlich die Arbeit an dem Hybriden und beschloss, sich voll und ganz seinen Velociraptoren zu widmen. Blue, Charlie, Echo und Delta waren bei weitem keine Kuscheltiere, doch sie reagierten so unfassbar anders auf das Training mit Owen. Es war, als hätte sich der Scorpius Rex, je länger sie zusammengearbeitet hatten, immer mehr von ihm abgewandt. Was für ein Monster haben die da im Labor zusammengebraut. Nicht auszudenken, was passieren würde, sollte das Tier, nein, sollte das Monster einen Weg in die Freiheit finden. Das seltsame Verhalten des Scorpius raubte Owen den Schlaf und er beschloss, mit Henry Wu über dieses Ding zu reden. Dieser jedoch lehnte höflich ab, da ihm die Zeit fehle. Vic Hoskins und sein Team würden sich nun mit dem Hybriden befassen. Wu erklärte, dass abseits des Jurassic World Parks, in der sogenannten gesperrten Zone der Insel, ein Testgelände vorbereitet worden ist. Natürlich musste Owen daraufhin nachfragen, inwiefern sich denn ein Vic Hoskins mit der Forschung an Dinosauriern auskannte. Waffen waren sein Gebiet, harsche und plumpe Ansätze und... Und dann fiel es Owen wie Schuppen von den Augen. Wu, was haben sie vor? Als Jurassic World's Leiter der Sicherheitskräfte sei es von großer Wichtigkeit, dass das Team das Tier genau erforsche, um für einen Ernstfall vorbereitet zu sein. So zumindest argumentierte Wu seine Entscheidung und die von Simon Masrani. Klar, dachte Owen, der Wu kein Wort glaubte. Er wusste um Hoskins Interesse an militärischen Tests seiner Raptoren. Würde er nun sogar Feldversuche mit einem kaum erforschten Hybriden in Betracht ziehen? Auf einer Insel mit einem Park, mit... mit Besuchern, mit... mit Menschen? Er würde alle in Lebensgefahr bringen. Owen eilte zu seiner Hütte, schwang sich auf das Motorrad und begab sich in Richtung der Sperrzone. Auf dem Weg dorthin versuchte er Claire telefonisch zu kontaktieren und ihr nahezulegen, dass die Sicherheitsleute ihn passieren ließen. Claire, wir haben zwei Optionen, sagte er. Entweder ihr lasst mich da rein oder ich finde selbst einen Weg. Claire kannte Owen und trotz ihrer Vergangenheit hegte sie Vertrauen in ihn. Owen war sarkastisch, zynisch und scherzte über sämtliche Angelegenheiten, die Claire selbst für sehr ernst nahm. Diesmal war er aufgebracht, ja schon fast panisch. An der Sperrzone angekommen, stand das Tor offen und Owen konnte passieren. Vic Hoskins stand vor einem großen Bunker mit gläsernem Dach, das Sicherheitspersonal mit ihren Waffen daneben. Die wären im Park sicher besser aufgehoben, sagte Owen in Bezug auf die Sicherheitskräfte. Hoskins nahm sofort eine ablehnende Haltung ein. Er habe die offizielle Erlaubnis von Simon Masurani, das Tier zu untersuchen. Nach einem Schlagabtausch der beiden, in welchem Owen versuchte ihm klarzumachen, dass dieses Ding nicht kontrollierbar wäre, gab es plötzlich einen lauten Schlag im Inneren der Kuppel. Der Scorpius Rex rammte gegen das massive Tor. Wie lange geht das schon so? Fragte Owen und versuchte auf das Dach der Kuppel zu kommen, um hineinzusehen. Hoskins nickte den Sicherheitskräften zu und sie schraten zur Seite, als Owen die Treppe betrat. Das Gehege war an sich gut gesichert. Die Glaskuppel auf dem massiven Stahlbunker erlaubte einen direkten Blick in das Gehege. Und dort unten war er, der Scorpius Rex, der mit voller Wut und außer Kontrolle gegen die Wände rammte. Er suchte eine Schwachstelle. Es war Owen unklar, weshalb keine Sicherheitskräfte oben auf der Vorrichte standen, um das Tier im Auge zu behalten, aber das Gehege schien weitgehend sicher zu sein. Ohne das Öffnen der vorderen Schleuse gab es keinen Weg hinein oder heraus. Der Hybrid sei bereits seit einigen Stunden so in Rage. Owen hatte so etwas noch nie erlebt. Es war fast so, als würde er versuchen, sein Territorium zu erweitern. Das konnte allerdings nicht sein. Denn das wäre nur der Fall, wenn es Junge bekommen würde und sich das Rudel vergrößerte. Holen Sie ihn da raus, bevor er sich noch verletzt, sagte Owen an Hoskins Gewand. Sie wollen doch nicht, dass Ihr millionenschweres Projekt einen Schaden bekommt. Bringen Sie ihn wieder zurück und stellen Sie ihn ruhig. Hoskins mochte Owen nicht, doch er konnte ihm seine Expertise nicht absprechen. Der Scorpius Rex durfte keinen weiteren Schaden nehmen. Owen konnte sich keinen Reim auf das Verhalten des Scorpius Rex machen. Er musste sich einen Zugang zu den Unterlagen von Wu beschaffen. Er musste wissen, welche Komponenten sich in dem Hybriden befanden und zwar sofort. Hoskins betäubte den Scorpius Rex schließlich und Owen machte sich auf den Weg zu Wus Labor. Okay Leute, machen wir Schluss für heute, sagte Hoskins und gab den Befehl, den schlafenden Scorpius wieder in den Container zu bringen, um ihn dort zu fixieren. Der Container verfügte über eine extra für das Tier entwickelte Kälteschlafvorrichtung. So konnte der Hybrid keinen Schaden anrichten, weder außerhalb noch an sich selbst. Zwei Mitarbeiter öffneten zuerst das Vordertor der Schleuse, um sicher zu gehen, dass das Tier auch wirklich schlief. Das zweite Tor öffnete sich nur einen kleinen Spalt weit und die Mitarbeiter duckten sich unten durch. Danach schlossen sich beide Tore wieder. Sie näherten sich dem Tier ganz langsam und vorsichtig, während der Rest der Mannschaft nun von oben herab durch kleine Öffnungen in der Glaskuppel ihre Gewehre auf den Hybriden richteten. Der Scorpius Rex schlief tief und fest. Mit einer Handbewegung winkten sie jetzt ein kleines, schmales Transportfahrzeug herein, welches das Tier aus dem Gehege in den Container befördern sollte. Das Fahrzeug erinnerte an einen winzigen, flachen Gabelstapler, der eine große Platte an der Vorderseite hatte. Der Container wurde an das Eingangstor gebracht und sollte dort andocken, wie eine Flugzeugbrücke an ein Flugzeug. So war es für das Tier unmöglich zu entkommen, selbst wenn es wieder erwachen sollte. Damit sich der Stapler einen Weg in das Gehege bahnen konnte, mussten logischerweise beide Tore der Schleuse geöffnet werden. Aus diesem Grund war eine Kontrolle extrem wichtig, doch das Tier schlief tief und fest, es konnte nichts passieren. Im Inneren des dicht bewucherten Geheges mussten die Mitarbeiter dem Transportfahrzeug einen Weg zum Scorpius Rex ebnen und dann passierte es. In dem Moment, als das Fahrzeug gerade durch die Tore hindurch gefahren war, kurz bevor sich die Schleuse wieder schloss, huschte etwas hindurch und gelangte nach draußen. Die Tore mussten aufgrund der Größe des Fahrzeugs parallel geöffnet werden, aber das sollte kein Risiko darstellen, da das Tier immerhin schlief. Was also ist dort in den Dschungel gekommen? Was auch immer es war, es nutzte den kleinen Spalt zwischen den Toren und dem Container und gelang so ins Freie. Owen versuchte erneut, Kontakt mit Henry Wu aufzunehmen. Doch vergeblich. Das Telefon konnte keine Verbindung aufbauen. Erst als Claire ihm ein Gespräch mit Simon Masrani verschaffte, konnte Owen diesem seine Sorgen mitteilen und Masrani verschaffte ihm Zutritt in die Labore. Zu dritt begaben sie sich rasch zu den Gebäuden, traten ein und fanden einen zerzausten Professor vor, der scheinbar gerade dabei war aufzubrechen. Wu hatte in aller Eile seine Forschungspapiere in einen Aktenkoffer gepackt und wollte sich gerade aus dem Staub machen und versperrte ihm mit ausgestreckten Armen den Ausgang. Das Labor war wie verwüstet, als hätte Wu sich von jetzt auf gleich entschieden aufzubrechen und so viele Forschungen wie möglich mitzunehmen oder zu vernichten. Henry, was ist hier los? Wu erzählte ihnen alles. Er habe einen furchtbaren Fehler gemacht und die Insel muss umgehend evakuiert werden. Owen durchsuchte die Unterlagen nach Antworten, bis er dann auf die Papiere des Scorpius Rex stieß. Die Tiere beherbergten DNS von giftigen Tieren und ebenso von Tieren, die Owen sah Claire an. Tiere, die Patinogenese beherrschten. Die Fortpflanzung ohne einen Partner. Das Tier konnte sich ohne Einschränkungen vermehren. Wu erzählte ihnen von dem Telefonat, das er mit Horstkins geführt hat, kurz bevor sie im Labor angekommen waren. Er erzählte ihnen von dem Vorfall in der Sperrzone. Einer war entkommen. Der andere wurde erneut eingefroren. Keiner wusste, wo sich das entkommene Tier nun befand. Aber eines wusste Wu. Es wird von Wärme angezogen und die größte Wärmequelle war der Park selbst. Owen spielte kurz mit dem Gedanken, ein gewaltiges Feuer zu legen, um den Scorpius Rex anzulocken. Aber selbst wenn das Feuer nicht zu einem Flächenbrand führen würde, wussten sie nicht, ob der Scorpius Rex sich nicht längst wieder vermehrt hatte. Sie wussten nicht, wie viele es waren. Eine Stille der Verzweiflung trat ein und Owen sagte leise, Evakuieren Sie die Insel. Das Chaos, das nun entstand, würde den Vorfall im Jurassic Park, den sogenannten Ingen-Vorfall, als kaum mehr nennenswert dastehen lassen. Der Scorpius Rex verbreitete sich wie ein Virus. Nahezu im Stundentakt gab es weitere Vorfälle an verschiedenen Orten der Inseln. Anhand dieser gemeldeten Vorfälle wussten sie nun, dass es mindestens sechs waren, die an verschiedenen Orten gleichzeitig auftraten. Da ihr Genom von Henry Wu perfektioniert wurde, handelten sie als Rudel und agierten taktisch. Der Scorpius Rex war nicht mit anderen Spezies verträglich, aber untereinander. Da schienen sie eine Art von kollektiven Denken nutzen zu können, um sich zu koordinieren. Die perfekte Biowaffe. Sie haben diesen Tieren ein kollektives Denkvermögen verpasst, fragte Owen an Wu gerichtet. Es wurde für die perfekte militärische Operation geschaffen. Was einer von ihnen wusste, wussten alle. Was einer von ihnen spürte, spürten auch die anderen. Somit waren sie das ultimative Team im Kriegseinsatz. Ebenso hätte der Feind keine große Gefahr gewittert, da deren Radare keine große Anzahl an Soldaten wahrnehmen würden. Nur einen einzigen, der sich dann auf dem Schlachtfeld schnell vermehrte. Es wäre ein nicht vorhersehbarer Überraschungsangriff. Ein Scorpius Rex würde im Kampfgebiet abgeworfen werden und innerhalb von mehreren Stunden wäre es ein ganzer Schwarm gewesen. Und dann, fragte Owen, wie wäre es dann weitergegangen, wenn der Kampf gewonnen wäre? Wu lächelte zufrieden. Ich kann behaupten, dass ich hier eine Meisterleistung vollbracht habe. Sie funktionieren wie ein Bienenschwarm. Die Königin ist der Schlüssel. Kontrolliert man die Königin, kontrolliert man den Schwarm. Der Sicherheitsdienst rückte aus, doch keiner kehrte wieder zurück. Wer zurückkehrte, starb kurz darauf an einer schweren Vergiftung. Jetzt waren es neun, nein mehr, die sich binnen weniger Stunden über den Park verteilten. Die hybride zerstörten Gebäude, Gehege, töteten sowohl Menschen als auch Dinosaurier. Soldaten vom Festland trafen nun auf der Insel ein und obwohl der Vogelkäfig noch intakt war, war es nahezu unmöglich, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Immer weitere Meldungen über Funde von Eiern im Dschungel erreichten die Zentrale. Die Scorpius Rex warfen plötzlich mehr als nur ein Ei ab. Es war so, als würde jeder Neugeschlüpfte mehr Eier hervorbringen als der davor. Die Situation konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Je mehr Nahrung die Scorpius Rex aufnahmen, umso schneller reproduzierten sie sich. Von über 20.000 Besuchern wurden etwa 70% evakuiert. Jene, die es in die Bunker schafften oder jene, die in die Zentrale gelassen wurden. Es war ein Schlachtfest. Circa 6.000 Menschen starben an diesem einen Tag. Die Schreie und die Schritte verstummten. Nichts mehr war zu hören. Die Scorpius Rex verzogen sich zurück in den Dschungel und die Überlebenden atmeten vorerst auf. Owen verstand nicht, was hier passierte. Es war, als wären die Scorpius Rex von jetzt auf gleich vor etwas geflüchtet. Etwas, das sie fürchteten. Vor etwas, dem sie nichts entgegensetzen konnten. Claire überprüfte die Gehege über die Sicherheitsmonitore. Einige Dinosaurier waren noch am Leben und auch die begannen damit, ein äußerst nervöses Verhalten an den Tag zu legen. Dann bebte die Erde das erste Mal und der Mount Sibo begann zu rauchen. Fortsetzung folgt. In Episode 2 der Was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre Geschichte verfolgen wir die Ereignisse im Park aus der Sicht von Darius Bowman und seinen Freunden und erfahren, wie sie die Eskalation erlebt haben. Ebenso wird die Geschichte zu Ende erzählt. Ebenso wird die Geschichte zu Ende.